Was ist das? Ist der Riesenkreis die Tanks? Ja, aber der ist auch im NAC gar nicht so groß. Könnt ihr Sanko-Ball nochmal porten gleich? Ja. Dankeschön. Also nochmal kurz für den Twitch-Chat. Nee, ich bin nicht ready, weil Jan nicht ready ist. Moment. Nochmal kurz für den Twitch-Chat. Der Boss hat ein paar Fähigkeiten, weil jetzt gerade sowieso einer fehlt. Der Boss hat ein paar Fähigkeiten. Und zwar macht er Zacken aus dem Boden. Da müssen die Tanks weglaufen wegen der Rüstung und so. Dann macht er so einen zerschmetterten Stern auf ein Ziel. Der muss sich hinter einen Zacken stellen, damit der Schaden reduziert wird. Und dann macht er so eine höllische Welle auf alle. Da muss man hinter so einen Zacken gehen, damit man dementsprechend den Schaden komplett ausweicht. Ansonsten stirbt man. Das war gerade die Boss-Erklärung, die ihr jetzt leider ein bisschen verpasst habt. Ansonsten ist das viel Movement, bla bla und so weiter und so fort. Hallo. Hallo. Hi. Okay, kurze Erklärung für dich. Hier beim ersten Boss. Ähm, du bist noch nicht da, ne? Ich bin gerade im Gartenpfiff. Ich, ich. Den Boss kenn ich. Wie, denke ich? Irgendwem Buffhut oder Fläschchen. Wie, den kennst du? Ja, Guide halt, ne? Videoguide und so. Ja, also roter Pfeil bitte hinter einen Stachel, ne? Das ist ganz wichtig, dass du nicht alle Stacheln kaputt machst. Weil sobald er seine 100% Energie hat, macht er ja seine Explosion. Und da müssen wir halt alle hinter die Stacheln. Und, äh, wenn du, äh, Teufels-Meteor auf dir hast, gehst du weg von den Stacheln. Das ist eigentlich das Einzige, was so für uns wichtig ist. Ja, und weg von den Tanks, wenn die halt den D-Buff haben. Weil wenn der explodiert, dann bekommst du den D-Buff auch. Und, äh, dann überschneidet sich das wahrscheinlich mit den anderen Phasen. Und dann kannst du nicht hinter... Ich muss mir noch mal kurz was zu trinken holen. Bis gleich. Pff, na, ob wir den heute noch mal tryen können? Ich mach mal kurz, wenn das Trink-Liebe macht, wie der da ist. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, komm, ich... Ah, ich geh noch mal scheißen. Ach komm, ey. Woher willst du wissen, wie lange ich scheiß, also... Da muss ja erst mal jemand kommen bei dir vom Pflegedienst, der dann damit lehrt. Du, wir haben Einläufe da, also das geht ganz zackig. Zu viel Information. Also, jetzt hättest du noch eine Möglichkeit, dass ich einen Katheter leg, Leute, ne? Ich bin vom Fach, ja, also... Zu viel Information, sagt der, der vorhin seinen haarigen Bauch ausgepackt hat. Nein, der wurde ausgepackt, also bitte... Ich möchte keinen Katheter. Von einem kleinen Kind. Ja. Ich hab auch eine erweiternde Ersthelfer-Kompetenz, ich kann euch gerne Zugang ebenfalls legen. Schöne Ringer-Lösung. Ist Max wieder da? Bist du fertig mit deinen Liegestützungen? Ja, ja, alle gemacht. Ich hätte auch gerne... Okay. Flo, musst du noch mal raus? Nein. Also, strengt euch an, wegen dem Videoguide von Buffed. Bobbt nicht zu viel rum und haut den Boss einfach um, okay? Was ist mit Nertul? Ist der jetzt da oder ist er nicht da? Ich glaube, der ist da. Ja. Warum hat er da nicht angeklickt? Okay, wer fängt... Äh, Tandos fängt an zu tanken und sagt den Spot ruhig an, wenn Enrico das nicht sieht, mitkriegt oder die WM das nicht anzeigt und so. Sprecht euch ein bisschen ab. Mach, 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 mach. Ah ja, wann kampfrauschen wir eigentlich? Ich würde das jetzt machen. Guck mal, ihr seht, hier hinten kommen die Staffeln schon hoch. Und davon gehen jetzt alle mit dem Komet weg. Abfohlen. Ab. Es spielt halt keine Rolle, wo ihr steht. Ah, das Feuer super, Dom. Hab ihn. Vielleicht 100%? weg vom komet nicht der mit dem komet aber 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 weit weg wenn du den komet noch hast sonst gehen die stoffen hier kaputt ja ja klar ja genau du musst einfach noch distanz entstehen was zählt er jetzt hier runter kaputt gemacht ja ihr müsst auch verpassen die preise sind nicht 100 prozent oder ihr müsst ein bisschen weiter weg von dem stoffen wird nicht richtig angezeigt 80 prozent alter bei mir trommelt es hier nur 100 prozent gleich hinter die säulen ich habe ihn aufzett ich habe ihn aufzett ich habe ihn aufzett ja ich habe ihn 1 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 3 5 90% gleich 100% steckt euch was mit dem kometa super gemacht sind die alle kaputt gegangen ja ja klar alle kaputt 4 3 2 1 abbi 3 3 4 1 90% tönisches brennen in zwei Sekunden schaffe ich? nein nein ich schaffe ja nicht brennen genau einmal noch hinter ja so war und dann liegt er wohl First Cry so wie es aussieht krass 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 für die Hero Version wäre ich dann doch offen lol quest bekommen nieder irgendwie wahrscheinlich oh nit die Hose Schuhe bekommen. Aber hier seht ihr das? Ja, ein finzeres Relikt, geil. Es gibt 30 Mille für... Jo, geil. Alter, 30 Millionen AP. Also das ist krass, auf jeden Fall. Wie hießen jetzt die Schuhe? Die auch so eine alle verdorbene Probe gekriegt. So eine alle. Das ist für dein Legendary, ja. Ja, umso. 50 Stück brauchst du. Kann ich kurz back gehen? Ich habe Artifaktlevel ab und ich kann... Ach, lol. Ja, mach mal. Alles gut. Ja, tut mir leid. Jan und Jan waren ganz cool im Damage.